Hades' Tod gab uns mehr Fragen als Antworten, aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels, für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Tchekaitse, bekannt als Hades, Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor vier Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Randy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten vier Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Utopie heißt das nächste Level. Willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare zum Singleplayer. Ich glaube, er will die Weltherrschaft, der junge Mann. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor zwei Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Ja, wir sind schon gut Menschen, auf jeden Fall. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Das ist es. Was, jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hut synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn alles? Seht einfach zu. Das ist Ions. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlafen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge. Alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Oh, fuck. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Chades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt ist. Es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort. Oh, fuck. Oh, oh. Er zeigt seine wahre Gestalt. Gideon ist wohl loyal. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Der Kacker. Jojojo. Bleib, wo du bist. Hör zu. Wir haben das Exosystem gehängt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Okay. Was denn? Habt ihr eh gedrückt? Okay. Naja. Geht. Wir müssen hier raus. Sofort. Jo. 455 Schuss. Mann, Mamia. Was da? Da, Stuhl. Wer sind sie? Nur ein Freund. Weiter. Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfassen. Endstation. Moment. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Sie aktivieren einen Drohnen, Schwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Warn, F, Band, EMP. Wir müssen von diesem Schwarm weg. Sofort. Ich hab vor EMP geworfen. Hierüber! Ach, der geht jetzt weiter. Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Gelt. Wir sind hier im vierten Stock. Na los! Wow! Hoi, Lohner. Oh! Einmal baden. Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter! Hoffentlich langt die Puste. Boah, sind kurz vor mir trinken. Ja, ich hab's ja geschafft. Und hoch. Zell. Und was jetzt? Ihr müsstest über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Keine Bewegung. Auf den Boden. Auf die Knie. Sie fahren. Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Ziele beim Kontrollbuch. Da sind sie. Ich hab sie entdeckt. Da sind sie. Atlas 1. Wir haben die Flüchtigen in der Altstadt eingekesselt. Du wurdest nebettt. Ich hab sie entdeckt. Ja, sind sie. Fuck. Ich seh sie. Mach doch mal Platz. Weiter. Jetzt halten wir Platz. Kurz ausbluten. Weiter geht's. Oh fuck. Shit. Das war ein bisschen hoch. Ich hätt vielleicht doch bei den Dächern bleiben sollen. Okay. Dann. Wohlang. Shit. Wohlang. So. Ilona. Komm. Oh fuck. Oh fuck. Ich Idiot. Oh man. Idiot. So. Jetzt aber. Komm. In your face. Oh. Ups. Ups. Ja. Bin unterwegs. Da sind sie. Vorrücken. Vorrücken. Ah shit. Das war kein... Eine gute Entscheidung. Oh fuck. Die Docks sind vor uns. Da am Ende des Docks wartet ein Wunsch. Oh fuck. Oh fuck. Kurz mal ausruhen. Sorry. Muss mich kurz mal schützen. So jetzt. Weiter. Oh. Wohlang. Wohlang. Oh fuck. Ich muss in Deckung. Okay. Alles klar. Zerstören. Zerstören. Ah man. Oh ja. Wo wir kamen. Oh man. Ja, komm mal. Was für ein Boot. Gutes Teil. Okay. Kletterhaken. Go for it. Hast du die Hütte an? Doch, wo ist er diesen Boot denn durch? Was schneller? Boah. Boah. Weck mich. Nimm die Rampe. Ja, natürlich. Los, los. Raketenerfassung. Tauchen. Achtung. Mehr Raketen. Angriff. Tauchen. Oh, fuck. Mehr Raketen. Mehr Raketen. Mehr Raketen. Kannst du auch was anderes sagen? Okay. Ihr seid gleich da. Wo sind wir gleich? Was geht ihr da? Raketenerfassung. Tauchen. Nein. Was war das? Oh, Mist. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja. Das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch. Oben im Gebäude. Wie sollen wir da raufkommen? Kletterhaken, hat er ja gesagt. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Wo? Ach da. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Weiter nach oben. Okay. Könnt ihr wieder haben. Könnt ihr wieder haben. Wow, wow, wow. Shit. Ja, sie hat es ja noch gesagt. Feindkontakt. In der Gung. Ich sehe sie im Norden. Feindkontakt. Auf die Container achten. So, ein Container und jetzt rüber. Und? Na, Kuh? Ja. Kuh. Darf ich nicht. Jetzt, erst wenn das Ziel erscheint. Los, rauf auf die Hochbrücke. Fallen lassen und über die Hochbrücke. Was? Ach, da. Oh, fuck. Über die Hochbrücke. Oh, fuck. Zu dem Kran und an ihm rüber. Oh. Oh, leck. Leck mich, Poppes. Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Ah, ey. Bringen wir euch hier raus. Walbert. Nicht schießen. Oh, doch, Freund. Wenn das mit 1 nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht. Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt. Ja, das war die Mission Utopie. Die Kletteinlagen haben mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ich bin fasziniert. Und ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt so viele Details in diesem Spiel, die man gar nicht so beachten kann, weil ein Effektfeuerwerk abgebrannt wird. So ist es ja eigentlich immer bei Call of Duty. Aber ich finde es richtig cool. Also, Kevin Spacey macht das wirklich als böser Boss, macht das richtig gut. Und mir gefällt es immer besser, dieses Spiel. Wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und wie ihr wisst ja, wenn ihr kein Call of Duty mögt, einfach nicht zuhören. Bis dahin. Tschüss.